Heyo zusammen, das ist ein ganz kurzes Infovideo, leider ein bisschen knapp bemessen, und zwar in ca. 2,5 Stunden, also um 20 Uhr Central European Time, wird eine Kooperation stattfinden von mehreren YouTubern, die sich auf sozusagen Herr der Ringe Let's Play, Schlacht der Mittelerde Let's Play spezialisiert haben, würde ich sagen. Auf jeden Fall ziemlich viel Content dazu rausbringen, und zwar ist das folgende, das werden so um die 8 Leute mich eingeschlossen sein, die ab 20 Uhr auf Twitch, also Twitch.tv, auf dieser Plattform, ein paar Games gegeneinander und miteinander zocken, ob es einen Turniermodus geben wird, weiß ich nicht, welches Schlacht um Mittelerde gespielt wird, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, 1er oder 2er, wenn es 2er, dann vermutlich die Erweiterung, E-Dein-Mod werde ich nicht spielen, funktioniert bei mir nicht. Für die Leute, die es jetzt verpassen, weil es doch, sorry, ein bisschen knapp ist das Infovideo, keine Sorge, ich werde es hochladen, ich werde es aufnehmen, also der Stream wird aufgenommen, aufgezeichnet, und ich lade es nochmal auf YouTube hoch, dann könnt ihr es aus meiner Perspektive nachschauen. Ich werde die Links aller Leute in die Videobeschreibung packen, und für die Leute, die einen extrem guten Computer haben, die können Multitwitch benutzen. Da kann man dann mehrere Streams auf einmal schauen. Ich bitte nur die Leute, die dann auf meinen Stream kommen, oder auf irgendeinen Stream kommen und Multitwitch benutzen, seid fair, spoilert nicht, sagt nicht, ah, der ist links oben und baut gerade dies und das, das würde den Spaß ruinieren. Also, schön die Klappe halten eigentlich, ne, was das Gameplay betrifft, also jetzt nicht rumspoilern. Das wäre, es wäre unfair, weil ich werde, ich werde im Chat aktiv sein nach Möglichkeit, mit euch zusammen reden ein bisschen, und da möchte ich aber trotzdem, dass nicht rumgecheatet oder gestreamsnipe wird. Das ist, das macht dann einfach keinen Spaß. Geht ab 20 Uhr los, Open End, ich denke, ich werde bis 22 oder 23 Uhr dableiben, allzu lang werde ich dieses Mal nicht machen, das ist mir einfach zu spät, 20 Uhr, 18 wäre mir lieber, naja, mal schauen, vielleicht auch, vielleicht mal nicht sogar bis 12, mal gucken, aber ich verspreche nichts. Das war's, viel Spaß, schaltet ein, wenn ihr möchtet, und man sieht sich, ciao.